Hi Leute und herzlich willkommen zu Legend of Zelda Twilight Princess. Wir haben den nächsten Mal schon. Das finde ich gut. Es macht Spaß. Und wir wissen, Vögel sind böse Kreatöte. Aber wirklich böse. Blaue Rubin. Und zack. Und ab in das nächste Dungeon. Wir können ja noch nicht in das abgeschlossene. Ok, da sehen wir also wieviel uns noch fehlen. Uns fehlen noch zwei. Um den Boss zu töten, anzugreifen. Keine Ahnung. Da geht's uns nichts. Und es klingelt schon wieder das Telefon. Und ich frage heute schon. Meine Aufnahmen ist ja schon jetzt schon zum zweiten Mal. Ich werde jetzt den kleinen Schnitt machen. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir auch wieder zurück nach dem Cut. Und ich muss mich eilen. Ich nehme mich gleich noch was vor. Das war nämlich gerade ein wichtiger Anruf. Okay, da gibt's jetzt nichts. Und... Wie bitte... Also wenn ich das dreh, geht das so... Ähm, das wollte ich jetzt nicht, nur so komme ich auch an mein Ziel Ähm, ja gut, aber ich schalte mal um die Kalt Eins, zwei, und hoch Klettern macht Spaß Hier sogar Hop, 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 und runter So Nein Fuck Das war nicht so gut. Und wieder da hoch. Warum ich immer auf A drücke und denke, dass es schneller wird. Das ist schon so ein wunderliches Ding. Wahrscheinlich, weil man mit A rollt. Und weil ich mir einbilde, mit A könnte man besser rollen. So. Oh ne. Wieder ganz übersehen. So, jetzt aber wieder hoch. Je schneller, desto besser. Und da sind wir auch schon oben. Und da ist ein dummer, keine Ahnung, was das überhaupt sein soll. Kobold oder irgend sowas. Und check, öffnen. Hier gehe ich mal getrost aus dem Weg. Aber ich komme an dir wohl nicht vorbei. Und an dir auch nicht. Wie hole ich den denn da rüber? So. ok das ding flott nur zu empfehlen und da haben wir unsere kiste und da ist wahrscheinlich schlüssel ja genau der schlüssel fürs nächste dann müssen aber wir brauchen ja noch zwei anderen und deswegen aber ich denke mal kurz muss man kurz dagegen sprühen wie mich diese dinge auf das ist schon auf einer skala von 1 bis 10 83 so was ist denn das komm da runter so was kann ich ja gar nicht leiden oh wir brauchen noch eins ja gut so geht es nicht komm mal bitte zu mir habe gesagt komm zu mir nicht gegen die wand und zerspringe ja ach bumm dankeschön sehr nett und der stafel die jahre gar 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 uhr ein gelber rubin zehn rubine die so gut wie der blau aber können sich nicht beschweren blauer ja dann rennen wir zum dungeon mal gucken ob wir es noch in der folge schaffen alle viecher zu befeilen dann mache ich dann in der nächsten folge den bosskampf ähm ich muss hier runter hier runter ich zück und so zack dann sind wir auch schon drüben und in der höhle ist wahrscheinlich dann der bosskampf und der waldschrein oder das komplette ding ist der waldschrein der waldschrein und gleich haben wir es zumindest geschafft Tür öffnen die letzte abgeschlossene tür und danach können wir endlich dieses dungeon abschließen und mit der story fortsetzen ähm leute leute kapis doch ja so so irgendwo da müssen doch welche sein du mein freundchen ich habe mich nicht übersehen okay wo geht es da hin so zack fangstoß fangstoß ouch ein herz so alle sind unten laufen wir mal schnell wieder hoch ich hoffe wir finden bald alle ach und ich glaube ich habe ihn gerade gehört ich höre ihn ja ich höre ihn 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 danke dass du es mir so einfach nach seiner wunde kommst hier ist noch eine kiste öffnen ein roter rubin er ist dann schon drüben geworden also wieder blauer so wie und da kommt man jetzt hoch geil so da ich hier alle schon kaputt gemeint ist habe ich bin gerade mit dem Handjack gegen das mikrofon gekommen das ist ein bisschen dumm gewesen weil ich mich gerade im Gesicht gekratzt habe so na da ist er und da und da ergibt warum sich nicht drehen jetzt sich drehen freiheit für türe hoi so jetzt haben wir es schon geschafft wir haben es komplett geschafft jetzt machen wir den Bosskampf 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 wir wollen Bosskampf Yay die Affen machen eine große Kette mach deine Kette los mach deine Kette los ach die machen nicht eine große Kette die machen sondern eine Hängebrücke nice ok also ich würde da jetzt nicht rüberspringen wäre ich link aber ich bin ja nicht link also gelitten 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 hätte sie sich vorher denken müssen gelitten so hopp alle hopper so oh knapp aber sowas von knapp sowas von knapp sowas von knapp war das gerade fahrne nein jetzt yay gut Gut.